Also hallo, mein Name ist Sven Heckendorf, bin 16 Jahre alt und meine bisherigen Vereine waren der Fahrrad bei Sebingen, der FC 07 Albstadt und jetzt der TSG Walingen. Und ja, meine Position ist rechtes Mittelfeld und unsere Mannschaftsziele ist am besten den Platz jetzt zu halten, wo wir haben, wo es sächsisch ist. Und meine persönlichen Ziele sind, ja, mich auch noch weiter zu verbessern und weiterentwickeln. Und ja, das war's.